Hallo zusammen, mich hier ist wieder Ocala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Und da wollen wir uns angucken, was ich die letzte Woche so an Collectables gesammelt habe und wo wir im Moment stehen. Diesmal ist ein bisschen komisch tatsächlich, denn die Anzahl an Items, die ich jetzt brauche, sind mehr geworden anstatt weniger. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, hä, hat der nichts gemacht, hat der Minus-Items gemacht? Nein, es gab ein Update von All the Things, also dem Add-on, wo wir das Ganze hier anschauen. Und irgendwie sind dann ein paar Items dazugekommen, was passieren kann. Dass die halt Sachen gefunden haben, die davor noch nicht in der Liste drin waren. Aber meiner Meinung nach sind jetzt auch ein Haufen Sachen wieder drin. Die Bugs zum Beispiel, wenn ich hier in den Classic reingehe, habe ich jetzt den Elementium-Block drin. Und anscheinend habe ich alles vom Elementium-Block. Und hier auch, aber der ist halt trotzdem drin. Oder hier aus den Ruinen ist irgendein Schlüssel drin, wo ich auch alles habe, wo man nichts ausklappen kann. Und das hatte ich schon mal gehabt, oder es war schon mal bei All the Things, dass das halt dann gebackt hat. Und das ist alles mögliche an Währungen, wie der angezeigt hat. Obwohl ich die Sachen von den Währungen schon hatte. Zum Beispiel hier, Gefängnisschlüssel des Astreleums, den kannst du nicht sammeln, das ist einfach ein Schlüssel. Da kannst du so einen Käfig aufmachen und da gibt es Loot drin, aber das Zeug habe ich alles. Also das ist ein bisschen komisch und da sind jetzt leider einige Sachen drin, die buggen. Deswegen kommt die Folge jetzt ein bisschen später. Ich habe gehofft, dass die Entwickler da noch vielleicht einen Fix raushauen und dass ich dann quasi in der Reihenfolge das ganz normal machen kann mit meinem Video. Aber anscheinend sieht es jetzt nicht so aus. Und jetzt haben wir halt leider hier x Items drin, die halt rumbuggen. Also die Zahlen können wir dieses Mal leider nicht so ganz hernehmen. Aber ich kann euch trotzdem zeigen, wo ich vielleicht das eine oder andere mir geholt habe. Was ein bisschen besser geworden ist, ist bei Reitieren. Da hatten wir das letzte Mal noch 20 gefehlt. Jetzt sind es nur 18. Ich habe aber nur ein Reitier bekommen und zwar das Reitier aus der Kiste von den Kyrianern. Also es gibt ja eine Kyrianer Special Kiste, wenn man den Anima Conductor quasi hier unten hinleitet. Und in der Kiste so 1-2% gibt es dann einen Mount oder hier ist der Pavillon glaube ich. Ja genau da. Und das habe ich jetzt endlich rausgekriegt nach etwa 3 Monate Farmen. Man kann sich das zwar auch hier gegen Anima kaufen, aber alles was ich farmen kann und wo ich mir Anima sparen kann, spare ich mir das Anima. Also so ist meine Herangehensweise. Also ich hätte es mir irgendwann dann gekauft, wenn ich alles andere gehabt hätte. Aber da sind wir ja noch weit weg von. Dementsprechend war es ganz gut, dass das gedroppt ist. Bei den Sets hat sich nichts geändert. Berufe ist jetzt wieder drin. Das hatte ich ja vorher gar nicht drin. Ich habe ja nur die Sachen angezeigt, die mir noch fehlen. Und da sind jetzt zwei Sachen wieder rein. Einmal so eine Schrotzplatz-Tüftelei. Und da habe ich mal schon ein bisschen geguckt, was das ist, weil ich hatte da eigentlich alles. Es gibt ja dieses, so ein spezielles Trinket. Ich muss mal gucken, ob ich das auf der Bank habe. Schmuck. Achso, warte mal. Da hat wieder was gebackt. Schmuck. So. Hier das Teil hier. Das Rechengerät im Taschenformat. Und dann kann man ja verschiedene so Karten rein, so Lochkarten reinsetzen. Und es gibt von einem Rear eine Lochkarte, wo man, wenn man diese Lochkarte drin hat, eine zusätzliche Herstelloption bei dem Typen auf Mechagon kriegt. Und dann kann man da was herstellen. Das ist jetzt irgendwie wieder drin. Und ich habe das früher schon mal gemacht. Bloß hatte ich da older things nicht drauf. Und das hat es nicht erkannt. Und jetzt müsste ich mir quasi diese Lochkarte wieder farmen. Und dann das Ding herstellen, was man da, glaube ich, basteln kann. Also das ist ein bisschen tricky. Finde ich jetzt ein bisschen unnötig, dass das da drin ist unter Berufe. Aber okay. Also irgendwann muss ich mir das mal farmen. Muss ich so ein Rear umhauen und mal schauen. Und das andere, was ein bisschen ätzender wird wahrscheinlich, ist, es gibt hier so ein Toy. Hyperkomprimierter Ozean. Und da kann man alles rausangeln. Und dann gibt es hier bestimmte Funcleave Stiefel. Also die Stiefel von Edwin van Cleve, den Boss damals aus den Todesminen. Und das kann man da rausangeln. Ihr seht schon, das kann man auch im Auktionshaus verkaufen. Hat null Region Market. Also es ist kein einziges komplett EU drin. Und ja, ihr seht schon, was das für Preise hat. Also da regionaler Marktwert 7,5 Millionen. Gut, das hat wahrscheinlich mal einer für so viel reingestellt. Also ich vermute mal, dass das ziemlich ätzend zu angeln wird. Beziehungsweise ich kann mal gucken auf allen möglichen Servern, ob irgendwo eins günstig drin ist. Und dass ich es mir vielleicht rauskaufen kann. Aber das wird eine ätzendere Angelegenheit. So wie ich das sehe. Machen wir das mal einen Ticken größer. Genau, bei Herstellung ist auch noch ein neues reingekommen, das vorher nicht drin war. Gut, das hier war absehbar. Diese straffsbesetzte Sonnenbrille, die hat ja Blizzard mit dem Patch 9.05 jetzt Transmogable gemacht, wenn das ein Wort ist. Und dementsprechend haben die von Aller Things das jetzt hier auch eingepflegt. Die kann ich mir quasi auch mal im Auktionshaus kaufen. Kostet Punkt im Moment anscheinend. Auf Antonin ist so eine halbe Million rum. Da warte ich noch. Eventuell habe ich mir das Ingi des Juve-Rezept selber und crafte es mir dann selber. Weil das ist schon arg teuer tatsächlich. Sein PvP hat sich nichts verändert. Flight Parts sind jetzt zwei neue reingekommen. Und da bin ich ein bisschen genervt, muss ich sagen. Die zwei neuen Flugpfade, auf Deutsch, wenn man es mal so sagen möchte, sind quasi zwei Stück, die auf der neuen Insel sind. Auf Exiles Reach, also auf der Startinsel. Die kann ich mit Main natürlich nicht holen. Weil du nur mit einem neuen Char auf diese Insel kommst. Und weil du die verlässt, kommst du auch nicht mehr drauf. Das Problem ist, ich müsste mir jetzt wieder einen neuen Char machen und auf die Insel drauf und diese Flugpfade holen. Und ich habe ja alle möglichen Sachen mit Twings schon geholt auf den Inseln. Und langsam bin ich am Char Cap hier auf dem Main Account. Und ich finde es ein bisschen nervig, dass jetzt die Flugpunkte reinkommen. Und ich mir vor einem halben Jahr schon alles auf der Insel geholt habe. Und ich glaube auch die Flugpunkte, bloß hat Elon das dann halt nicht gecheckt, weil sie nicht eingetragen waren. Ist jetzt halt ein bisschen nervig. Jetzt muss ich mir halt vielleicht nochmal einen Char machen. Ich weiß nicht, ob ich danach löschen kann, ob es dann hier gespeichert bleibt. Da muss ich mal gucken. Also das werde ich irgendwann mal angehen. Packt Features. Habe ich wieder ein paar Sachen geholt. Wieder ein paar Kleinigkeiten. Das eine oder andere mir bei den Covernance Gold. Wir werden nachher auch übrigens noch shoppen gehen. Und zwar werde ich die letzten Sachen bei meinem Necolord-Char kaufen. Beziehungsweise ich würde sagen, wir gehen dann auf meinen Venture-Char und fangen da auch schon mal an, ein bisschen was zusammen zu kaufen. Dann Erfolge sind jetzt ein Haufen mehr drin. Nicht, dass es mehr Erfolge geworden sind, aber anscheinend die einzelne Gliederung ist ein bisschen krasser geworden. Und zwar gibt es ja bei den anderen Pakten, hier so Achievement, zum Beispiel bei den Koreanern. Und bei denen ist es dann immer so, dass man ewig viele Sachen sammeln muss. Zum Beispiel hier muss man 31 Bosse besiegen. Und das wurde jetzt halt alles einzeln aufgegliedert. Und es wird jetzt halt aus 31 Sachen gezählt. Und da haben sie anscheinend ein bisschen weitergearbeitet. Die muss ich noch machen bei den Koreanern. Und dementsprechend wurden das da jetzt ein bisschen mehr Achievement, ob es wohl ist, nicht mehr Achievements wurden, sondern nur die Feingliederung wurde ein bisschen erhöht, so wie ich das sehe. Dann World Beute habe ich ein Item mehr bekommen. Ich habe mir einen Umhang aus dem Maha gekauft. Der hat so 15.000 Gold gekostet. Da dachte ich mir, ja gut, viel günstiger wird er wahrscheinlich nicht. Sonst ist der immer so bei 20, 30k. Da hat er in einer günstiger reingestellt. Da dachte ich mir, komm, kauf sie das. Jetzt habe ich die ganzen Umhänge. Mir fehlen jetzt nur noch die Waffen. Aber die sind tatsächlich, obwohl das nur 190er Waffen sind, sehr, sehr teuer. Die kosten teilweise alle so um die 100k rum. Also die sind nicht viel günstiger geworden. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen ab. Im Laufe des Addons werden die sich ja noch ein bisschen runter droppen. Dann Außenbereiche. Da sind auch ein paar Sachen dazugekommen wieder. Und zwar auch hier in Shadrat. Da sind irgendwie ein Haufen Quests jetzt dazu. Die muss ich mir demnächst mal angucken. Und dann hast du hier jetzt auch, das sind Apexe-Splitter einfach drin. Ich habe alles für Apexe-Splitter oder für dieses Astrileum-Schlüssel. Das Zeug habe ich auch alles. Also meiner Meinung nach ist das Buggy-Stuff. Auch hier bei dem Rare. Das sind einfach so Tokens, wo man sich Sachen kaufen kann, die ich aber alle habe. Deswegen ist es ein bisschen komisch, dass das Zeug hier drin ist. Aber da machst du nichts. Ich denke mal, das wird in ein paar Wochen hoffentlich gefixt. Hoffe ich zumindest. Genau, also das sind eigentlich alles, wie gesagt, Sachen, die nicht rechtmäßig sind. Vielleicht die Quests, das müsste ich mir angucken. Ich schätze aber, dass das wiederholbare Quests sind tatsächlich. Das scheint mir zumindest so zu sein. Das sind nämlich irgendwelche Gesucht-Sachen. Aber das muss ich mir mal angucken. Dann, wo ich hauptsächlich unterwegs war die Woche, ist hier in Shadowlands Dungeons Raids beziehungsweise in Battle for Azeroth hier Burning Crusade und Classics sind auch Sachen dazugekommen, die meiner Meinung nach Käse sind, auch diese als Trilleum-Schlüssel. Aber da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Was ich gemacht habe, war hier im Schloss Nafria. Da haben wir wieder ein bisschen was gefarmt. Zum Beispiel fehlt mir jetzt im HC nur noch der Kopf vom Endboss. Sonst habe ich das Set fertig. Achso, was noch neu dazugekommen ist, die Tokens, die nur unter Covenants drin waren, haben sie jetzt hier auch reingebastelt in den Raid. Und dann, wenn man drüber fährt, sieht man quasi, was für Items man noch braucht. Ich brauche jetzt mittlerweile nur noch zwei Tokens. Einmal einen Dolch bei den Ventier, muss ich mir noch kaufen. Und dann, ich glaube, einen Streitkolben bei den Eidfee. Den Dolch mit den Ventier habe ich mir extra schon mal in Schurken hochgespielt. Und habe dementsprechend bei den Ventier, weil ich mit dem Rogue auch im LFR habe es leider nicht gekriegt, denn mit meinem Monk bei den Ventier kann ich keine Dolche tragen. Oder, ja, nee, ich kann sie nicht tragen und auch nicht transmongen. Und dementsprechend kann ich den leider da nicht kriegen. Und mit meinem Nightfitcher muss ich halt noch den Streitkolben dann einlösen, sobald ich wieder eine Waffenorb habe. Genau, also das ist im Endeffekt, was ich im HC noch farmen muss, nur durch den Kopf. Die Orbs kann ich ja im NHC und im LFR auch farmen. Und gut, Zonenbeute werde ich mir im Auktionshaus wahrscheinlich kaufen. Oder ich habe jetzt mal Glück und ich kriege das gedroppt. Aber das ist ganz gut. Ich war da noch letzte Woche ein paar Mal drin, habe die Woche auch schon die Weekly Chest aufgemacht. und das sieht sehr, sehr gut aus. Im NHC ist es ähnlich gut, da fehlt mir auch noch derselbe Kopf und der Rücken vom vorletzten Boss. Und dann ist natürlich auch nochmal das Waffentoken drin. Das ist das gleiche wie hier auch im LFR. Das ist ja quasi dasselbe Waffentoken. Oder es sind verschiedene Itemlevel, aber das Aussehen ist dasselbe und dementsprechend zählt es auch als einzelnen drei Schwierigkeitsgraden. Genau, also da haben wir wieder ein bisschen was draufgepackt. Dann war ich auch ein bisschen hier unterwegs im BFA. Und zwar wir waren einmal im Ewigen Palast. Im HC war wir drin. Da habe ich nochmal ein Item bekommen oder ein, zwei Items. Jetzt fehlt mir hier wirklich nur noch ein Dolch im HC. Und im Mythic war ich auch drin. Da habe ich auch ein paar Items gekriegt. Mir wurde auch einiges getradet von den Leuten aus dem Stream. Das war auch recht nice. Also hier haben wir auch das eine oder andere bekommen. Wir sind bis zum Hofstart gekommen und ab da wurde es dann tatsächlich mit der Random Gruppe ein bisschen knifflig ohne Voice. Da mussten wir dann leider abbrechen. Was wir dann auch noch gemacht haben ist Tegel. Da habe ich leider nichts gekriegt. Da fehlt mir nur noch der Stapel mythisch. Und wir haben dann auch noch ein paar Bosse hier in Daza-Lore umgehauen. Und da habe ich richtig reingelackt. Da habe ich die ganzen Rogue-Dolche bekommen. Hier gibt es ja einige. Ich glaube ich habe von Gong den Rogue-Dolch gekriegt. Von Opulenz den Dolch. Nur von Raster kann leider nicht. Und Mechadrill war dann wieder ein bisschen zu hart für die Random Gruppe. Ohne Voice war das dann leider nichts. Also die BFA-Rates, man kann sie machen. Aber ich denke mal die hinteren Mythic-Rates oder die hinteren Mythic-Bosse, da brauchst du tatsächlich dann ein bisschen Absprache, dass das klappt. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen shoppen. Ich habe wieder ein bisschen Animal gefarmt. Ich habe bei dem jetzt nicht so viel eingezahlt. Wir haben jetzt hier, seht ihr, 13k. Ich habe aber noch einiges auf der Bank liegen. Moment, das machen wir jetzt mal hier raus. Hier einiges auf der Bank liegen. Das sind bestimmt nochmal 20k oder so, was ich da oben liegen habe. Die zahle ich aber bewusst nicht ein, weil ich ja hier gar nicht mehr so viel brauche und die dann eventuell eher mitnehmen will. Und was hat uns noch gefehlt? Uns hatten hier, glaube ich, noch ein paar Umhänge gefehlt. Und einen Dolch, genau. Also wir müssen hier einmal den Dolch kaufen für 3500. Und dann haben wir noch einen Umhang. Einen zweiten Umhang und einen dritten Umhang. War das dann schon alles? Gucken. Die müssen wir jetzt einmal anlegen, die Sachen. Dass es auch das Add-on quasi checkt und dass sie seelengebunden sind. Dann muss ich mal schauen, ob das tatsächlich alles war. Und ich muss mein Main-Gear wieder anziehen, weil ich habe schon geschafft, mein Main-Gear zu verkaufen, als ich quasi Transmog lernen wollte. So, machen wir das einmal zu und gehen dann bei Erweiterungsfeatures rein. Und dann zu den Necolords-Händlern. Und jetzt sind nur noch zwei Händler dran. Genau, Articus mit dem Mount. Wie gesagt, das versuche ich ja aus dem Samen von den Night-Fear rauszubekommen. Und dann noch der Mythic-Händler, der die Mythic-Waffen hat. Aber da ich im Moment nicht Mythic-Raidig, können wir die nicht holen. Aber für Anima haben wir soweit, ich sehe nichts mehr. Wir hatten dann noch beim Anima-Konduktor den Stab mit drin, den ich ja immer am Farmen bin und leider irgendwie nicht rauskriege, obwohl ich immer auf Heiler schon swappe. Hier haben wir die Rewards noch. Sachen kannst du nicht kaufen, die kriege ich bei einer Quest. Okay, nee. Also ich glaube, gekauft haben wir jetzt alles, wenn ich so grob drüber gucke. Mir fehlen jetzt bei den Necolords insgesamt noch 32 Items, die ich mir hier kaufen könnte. Die meisten sind tatsächlich diese Mythic-Waffenvorlagen, das sind zwölf. Dann ist eine Mount, wie gesagt, das hole ich mir durch die Night Fee. Und dann sind es halt jetzt hier noch aus einer Kiste ein Item raus. Und dann sind es dementsprechend die Rewards, die ich über die Monstruitäten-Flickerei noch kriege. Da unter anderem das Set, aber naja. Das ist leider ein bisschen eine langwierigere Sache. Ich habe mittlerweile ein zweites Teil bekommen. Wir können uns das mal angucken. Sets, und zwar hier. Ich habe jetzt von der Monstruitäten-Flickerei zwei Teile. Die bekommt man ja, wenn man Einigkeit dabei hat und Worldquests macht. Und zwar anscheinend nur in Maltraxxus, habe ich mich belesen. Also ich brauche die anderen Worldquests theoretisch gar nicht machen, sondern im Endeffekt nur die Maltraxxus-Worldquests. Vom anderen Set, vom Monstruitäten-Set, habe ich leider nicht mehr bekommen. Schlichtweg, jetzt muss ich mal gucken, dass wir nicht ausloggen mit einem Twink. Schlichtweg, weil halt einfach die Quests nichts hergegeben haben. Man kann ja ein Set von Weeklyquests machen, je nachdem, wie viele Monstruitäten man hat. Und da ist halt random, ob ein Teil dabei ist oder nicht. Und ich habe vorhin, oder am Mittwoch schon geguckt, war leider wieder keins dabei. Also hier muss ich noch ein bisschen warten. Achso, ich kann euch noch eine andere Sache zeigen, bevor wir jetzt auf einem Twink rüberswitchen, und zwar auf meinem Venture-Char, den ihr gerade schon kurz gesehen habt. Hier beim Tisch, wegen meinen Anhängern. Ich muss ja hier in ihr noch auf Stufe 60 bringen. Mittlerweile habe ich ja zwei Seelenbande auf Stufe 60. Einen habe ich hier noch auf Stufe 58. Gut, der braucht jetzt noch 13.000 auf Stufe 59. Und dann halt nochmal wahrscheinlich 20k oder so auf Stufe 60. Und sobald ich den fertig habe auf Stufe 60, dann gibt es hier das Achievement, dass wir dementsprechend die drei Seelenbande auf Stufe 60 haben. Und bei dem anderen Erfolg sieht es jetzt auch gut aus. Da brauchen wir nur noch eins. Und dann sind wir hier zumindest komplett fertig. Genau. Beim Phantasma-Sammeln habe ich jetzt auch quasi endlich mal Halbzeit erreicht. Ich bin bei 127.000 für 250.000 angelangt. Also so langsam wirkt es hier tatsächlich auch mit der ganzen Geschichte. Und sonst fehlen mir ja an Achievements, zumindest was ich jetzt hier beim Necolord habe, nur noch die Mewchikis, sonst habe ich alle. Gut, okay, dann würde ich sagen, swappen wir rüber einmal hier zu meinem Venture Jar. Und mit dem hier haben wir auch einmal Cap hier. Und ich würde sagen, wir gehen ein bisschen shoppen. Ich habe auch ein bisschen was auf der Bank, weil ich kann es euch zeigen. Es ist auch einiges Anime auf der Bank. Wie viel das genau ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es nochmal etwa ein Cap ist. Aber I don't know. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an, hier ein bisschen was einzukaufen. Wir können ja einfach, jetzt bin ich überlegen, bei welchem Händler wir anfangen. Fangen wir einfach mal bei ihm hier an. Ist ja egal. Also, was haben wir denn? Warte mal, ich ziehe das mal ein bisschen zusammen, dass ich dann nachher schöner verkaufen kann. So, ich kaufe mir jetzt erstmal hier Rücken, Schultern, Hände, Handgelenke. Ihr seht, da geht das ganz schön runter. Dann haben wir hier einmal eine Talie. Ach so, guck mal. Hier, die Waffen-VZ, die kaufen wir uns natürlich auch noch. Das Pad haben wir, das Mount haben wir auch. Und den Rücken. Dann haben wir einmal Stiefel, Brust, Schultern, Hose. Okay, und dann geht uns das Anime aus. Können wir noch was günstiges kaufen? Ähm, wir können hier noch einen Stab kaufen. So, da haben wir schon einiges an Transmog, ähm, uns geholt. Ich lege das jetzt alles mal an. Dass wir das dann gleich weghauen können. Warte mal, jetzt ziehen wir einfach mal alles an. So, okay. Jetzt hoffe ich bloß, dass das klappt. Ich sollte mein Main-Gear wieder anziehen, weil auch bei dem Jar muss ich ja zumindest NAC durchlaufen fürs Transmog. Nur, das wäre ungut, wenn ich mein ganzes Gear weghauen würde. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir wieder aufs vernünftigste Item-Level kommen. Ähm, wahrscheinlich hatte ich das an. Das hier, das hier und den Kopf passt. Okay, ich glaube, ich habe nicht ganz Max-Item-Level, aber ist egal. Jetzt, ähm, können wir das andere Zeugel wieder verkaufen. Achso, warte mal, hier meine, meine Hände. Richtig, die müssen wir anziehen. Ich habe mal extra einen Legendary auch mit dem gefarmt. Das verkaufen wir jetzt alles wieder. So, da la. Gut, jetzt können wir gleich mal gucken. Auch hier im All the Things, da müssten zwar jetzt ein paar mehr Sachen drin sein, aber zum Orientieren ist es, denke ich mal, ganz gut. Beim Monk, ähm, Ventier, Händler und das ist einmal er hier. Achso, warte mal, habe ich die Dinge nicht gelernt? Wait, doch, die ist bekannt. Ach, das hat er noch nicht ganz gecheckt. Vielleicht muss ich es einmal updaten. Das gecheckt haben, dass... Ah, okay, die Waffen vollsetzen. Also jetzt sind es hier hauptsächlich nur Waffen, die ich kaufen muss. Aber, ähm, wir haben jetzt schon mal 35.000 ausgegeben. Ich zahle jetzt mal nochmal ein. Mal gucken, wie viel wir haben. Okay, wir haben nochmal 30.000. Also leider nicht ganz Cap. Also wir haben jetzt quasi etwa 45.000 ausgegeben. Ne, 45, sag ich. 34.000. Und jetzt noch mal nochmal 30.000. Also haben wir overall hier so 34.000 gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal hier den Rest noch zusammen zu kaufen. Mal gucken, ob das läuft. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen mehr ist, aber naja. Mir war schon klar, dass ich nicht alles kaufen kann, ne. Gut, dann holen wir uns hier mal noch den Kopf. Dann den Streitkolben. Ich habe beim Monk ein bisschen andere Waffen tatsächlich als beim Druid. Ne, also zum Beispiel ein Schwert kann ich mit dem Druid jetzt nicht lernen. Wir kaufen es jetzt aber hier trotzdem an der Stelle. Dann haben wir eine Faustwaffe. Und was haben wir hier noch? Ne, einen Stab haben wir hier noch. Und dann müssten wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen mit drin sein. Wenn wir jetzt hier auf alles woppen, dann müssten wir hier noch Waffen sehen, beziehungsweise Umhänge. Haben wir hier noch einen Umhang? Okay, den können wir mitnehmen. Noch einen Umhang. Noch einen Umhang. Dann haben wir hier noch ein Schwert, was fehlt. Und sonst haben wir tatsächlich alles. Dolch kann ich mit dem übrigens nicht lernen, ne. Also das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich, wenn ich die, muss ich die überhaupt anlegen? Ne, ich muss die gar nicht anlegen. Ich kann die so wieder verkaufen, tatsächlich. Also hier hast du gar kein Rückgaberecht im Endeffekt. Gut. Jetzt schauen wir mal. Ist der jetzt raus, der Händler? Ich habe doch das Schwert nicht gekauft, oder? Irre ich mich jetzt gerade. Er hat das einfach nur gebackt. Ne, hier leuchtet nur eins. Ach, das ist zwei Transmog. Ah, seht ihr? Die Schwerter sehen anscheinend gleich aus. Ah, ich vermute, dass es, dass Blizzard quasi ein Schwert reingemacht. Er macht, hat ein Aggie-Schwert und ein Schwert reingemacht, hat ein Stärkeschwert. Das ist natürlich komplett egal, ne, weil die hier als Transmog-Items, als kosmetisch ausgeschildert sind. Und dementsprechend, ähm, das Wurscht, oder es ist vielleicht, ähm, quasi Off-Hand und Main-Hand, aber das steht jetzt irgendwie auch nicht dran. Also ich verstehe es jetzt nicht ganz, warum es zwei identische Schwerter gibt. Ich bin ja hier im, nicht im Komplettist-Modus, sondern im Unique-Modus. Und dementsprechend, ähm, ist der Händler jetzt komplett raus. So, wir haben jetzt dann hier noch zwei Händler. Und zwar einmal der mit den Mythic-Waffen. Das ist nichts, was, ähm, Anima kostet. Und dann haben wir jetzt oben noch den Händler, der dementsprechend einfach die Waffen verkauft für die Kampagne. Und das sind jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sieben. Und dann sind es drei Umhänge. Also dann haben wir, dass wir auch mal ein bisschen rechnen können, was ich noch brauche. Wir haben sieben mal 3.500. Und, ähm, dann haben wir noch Umhänge. Gut, die kosten jetzt 100, ähm, sind dreimal 100, also plus 300 haben wir hier noch. Sprich, ich brauche 24.800 für den einen Händler. Und dann waren es aber noch ein paar Items, meine ich hier, Transportnetzwerk, ne, da bräuchte ich kein Anima. Hier für den Embercord. Und zwar gibt es da auch noch ein paar Händler. Da haben wir einmal, ähm, hier den Temel mit dem Rückenteil. Das kostet aber Sündensteinfragment. Da muss ich, glaube ich, ehrfürchtig sein. Das kann ich nämlich noch nicht kaufen. Dann haben wir hier Items. Die kosten aber, glaube ich, nicht so viel, oder? 750. Gut, das ist relativ günstig. Eins, zwei, drei, vier. Muss ich mal oben gucken, ob das stimmt. Manchmal stimmen die Beträge nicht. Mich wundert es jetzt gerade, das ist relativ günstig tatsächlich. Aber wenn man es hier so sieht. Eins, zwei. Naja, gut, die kosten unterschiedlich. Ich dachte, die kosten jetzt alle 1.500, ne. Dann könnte ich es easy zusammenzählen. Wie viel ich da noch overall brauche. Weil ich hätte ganz gerne immer so eine Übersicht, ne. Wo stehe ich? Wie viel brauche ich noch? Und dann hätten wir den Freeman noch, der die Waffen verkauft, ne. Also das sind wahrscheinlich schon nochmal über einen Cap, vermute ich mal, was ich da overall brauche. Okay, die sind tatsächlich relativ günstig, ne. Relativ günstig. Jetzt versuchen wir es mal grob zusammen zu zählen. Wir haben hier 1.500, 3.000, 4.500. Dann 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.500. Ich habe vorher den Umhang noch mitgezählt. Und dann 14.000, 15.000. Ah, das sind 15.000. Okay, das ist schön zum Rechnen. Okay, und was haben wir dann an den Waffen noch? Ja, super, das sind so krumme Sachen, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ähm, 8 mal 1.750. Das habe ich mir ein bisschen vertippt. Das sind 14.000 plus die 40.000. Ich habe jetzt mal die 200 aufgerundet. Okay, ich brauche halt schon noch viel, ne. Ich brauche jetzt halt schon noch 54.000, um mir das ganze Zeug kaufen zu können. Was da leider nicht drin ist, sind dann blöderweise die Dolche, ähm, die ich mit dem Rogue noch holen müsste. Also es sind sowohl, glaube ich, zwei Dolche dann einmal, ähm, bei dem Freeman mit drin, bei dem Waffenhändler, als auch bei dem normalen Waffenhändler für die Ruhmstufe. Aber da muss ich mit meinem Rogue dann einfach noch ein bisschen hochspielen, ne. Ich denke mal, einfach nur ein paar Dolche zu kaufen, müsste der Char kriegen. Da ist das, ähm, die größte Herausforderung, die Ruhmstufe dafür hochzuballern, beziehungsweise die Quest einmal zu machen. Aber gut, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich stehe. Wir haben jetzt ausgegeben, ähm, etwa 64.000 und brauchen tun wir noch 54.000. Also wir haben jetzt mehr als die Hälfte tatsächlich gekauft. Das ist ein bisschen, bisschen aufgerundet. Gut, ich muss dennoch, ähm, bevor ich mir alles kaufen könnte, ne, müsste ich eh noch den Ruf beim Gluthof ein bisschen erhöhen. Ich habe jetzt mittlerweile den Gluthof auf 19.000 und auf 21.000. Also ich denke mal, einen Gluthof muss ich noch spielen, damit ich erfürchte. Und dann kann ich mir auch erst alles kaufen, ne. Also selbst wenn ich jetzt das Anima schon gehabt hätte, sähe es schlecht aus. Okay, gut, damit sind wir dann auch schon wieder relativ am Ende von dem Video. Jetzt muss ich mal bloß gucken, ob beim Main das parallel alles mitgezählt hat. Ich hoffe doch mal. Wir waren ja eingeloggt. Jetzt gucken wir einmal hier rein bei Erweiterungsfeatures. Und zwar bei den Ventier müsste jetzt auch einiges an Händlern raus sein. Seht ihr? Ähm, achso, die Illusion hat er zum Beispiel nicht gecheckt, ne. Das können wir mal updaten. Ah, seht ihr das, die Illusion? Wir können mal die Ventier allgemein updaten. Aber das wird ja wahrscheinlich jetzt ein bisschen, bisschen hackeln, weil es sehr, sehr viele Items sind tatsächlich. 300 Sachen oder so. Hm. Ähm, und hier seht ihr, ähm, es gibt zwei Dolche, ne. Das ist wahrscheinlich ein Caster-Dolch und ein Midi-Dolch, ne. Und dementsprechend sind die jetzt bei dem Händler noch zwei Dolche drin. Gut, hier ist der, ähm, hier ist quasi der eine Waffenhändler, wo ich mir noch nichts gekauft habe. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Dolche drin, hier noch zwei Dolche und hier noch zwei Dolche. Das ist hier LFR, NHC und HC, ne. Das muss ich, wie gesagt, mit dem Rogue farmen. Dann haben wir ganz normal den Mythic-Händler. Da ist ja noch alles drin. Und beim Sanctum sind die Sachen, müssten die Sachen genauso noch drin sein, ähm, wie ich es bei dem anderen Schaden gezeigt habe, ne. Da habe ich ja jetzt nichts gekauft, genau. Bloß, dass hier dann halt die Dolche noch drin sind, anstatt den Schwertern. Ich hätte natürlich jetzt mit meinem Monk die Schwerter sein lassen können und sagen, scheiß drauf, ich brauche die Schwerter nicht, ne. Aber ich dachte mir, wenn ich mit dem das schon hochspiele, dann kaufe ich mir die Schwerter auch gleich. Ich denke mal, es ist jetzt 45.000, was ich noch brauche. Das habe ich wahrscheinlich in zwei, maximal in drei Wochen zusammen. Also von dem her, es ist mittlerweile absehbar. Gut, ähm, ich würde sagen, das nächste Mal gucken wir uns dann, wenn dann, den Kurianer-Char oder den, ähm, Night-Fit-Char an. Da muss ich mal gucken, ob ich vorher schaffe, die Kurianer-Arena zu spielen. Denn ziemlich viele von den Items bei den Kurianern hängen tatsächlich an Achievements dran. Und da müsste ich vorher die Achievements, ähm, freispielen, dass ich mir die Sachen halt auch kaufen kann. Das werden wir uns aber dann nochmal angucken, wenn es soweit ist. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Eutila, bis dann. Ciao.